Seit dem 4. September können die Ausstellungen Stadtentwicklung Magdeburg und Magdeburger Moderne Siedlungen im Ibershop wieder besucht werden. Der Ibershop in der Regierungsstraße 37 ist dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die AQB kann Beschäftigung fortführen. Hier betrifft es die Betreuung und Aufsicht der Ausstellungen im Ibershop. Damit kann eine wichtige Informationsquelle über Stadtentwicklung, Stadtgeschichte und Bauvorhaben in der Landeshauptstadt wieder ihre Türen öffnen. Zugleich feierte der Ibershop sein zehnjähriges Bestehen. Der Ibershop ist ein Ort geworden, an dem man über Städtebau und Stadtentwicklung reden kann. Durch die günstige Lage in der Innenstadt können auch Bürgerversammlungen abgehalten werden, um neue Bauprojekte zu diskutieren. Wir haben das, was den Ibershop jetzt in der letzten Zeit besonders hervorhebt, nämlich die ganzen Ideenwettbewerbe. Sowohl die Gutachtertreffen, die Wettbewerbstermine, die wir hatten, als auch die Ausstellungen und die Verleihung dann der Preise hier gemacht. Das heißt, der Ibershop ist das Zentrum für den Städtebau geworden, was er uns mal vorgeschrieben hat in der Umsetzung.